Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe der Wien Fakten auf E24. Am Sonntag geht der inzwischen 34. Vienna City Marathon über die Bühne und deshalb schauen wir uns heute hier in der Prater Hauptallee einige Geschichten zum Wiener Marathon an. Fast familiär ging es beim ersten Wiener Frühlingsmarathon 1984 zu. Von circa 1550 angemeldeten erreichten schließlich 794 das Ziel. Inzwischen nehmen am Wiener City Marathon rund 42.000 Läuferinnen und Läufer teil und das macht sich auch an der Logistik bemerkbar. So werden zum Beispiel an einem durchschnittlichen Marathon Sonntag 14 Tonnen Bananen ausgegeben und 90.000 Liter Getränke ausgeschenkt. Seit 1993 heißt der Wiener Marathon erst Wiener City Marathon, davor lief unter dem Namen Wiener Frühlingsmarathon. Und sollten Sie am Sonntag mitlaufen, wünschen wir Ihnen alle viel Glück dafür.